ARD Text im Auftrag von Funk Hey Mirko! Hey, komm mal, was machst du hier? Ich muss zum Marc, und du? Ja, ich auch, man. Echt? Echt? Ja, okay, dann lass uns rein. Ja, lass zusammen rein, komm, ey. Sag mal, was machst denn du eigentlich hier? Soll ich dir das echt sagen? Ja. Ich verlängere meinen Vertrag. Was? Du? Verlängern? Ja klar, warum denn nicht? Ich auch, ich verlängere auch meinen Vertrag. Nein! Doch! Echt jetzt? Ja! Wie geil ist denn das, ey? Das ist ja überragend, ey. Warum verlängerst du eigentlich? Warum ich? Ja, du, weißt doch, Braunschweiger Löwe, Löwen auf der Brust. Ich bin so lange hier, Mann, ey. Das ist eine Herzensangelegenheit. Aber du bist eigentlich viel zu alt schon, oder? Ach, ich alt? Bist du verrückt? Bin auch topfit. Fühl mich gut. Frisch und, ja, old but gold. Dann knipst der jetzt auch wieder, was? Ja, einige Dinge hab ich schon gemacht. Ich hab schon lange, lange kein gemacht mehr, aber läuft wieder. Das freut mich, ey. Bei dir, warum verlängerst du eigentlich? Guck mal, du bist doch viel zu klein für Mittelfeld. Zu klein, ey. Ich hol das so mit meiner Power, mit meinem Willen, hol ich das alles wieder, ey. Weißt du doch, kennst mich doch. Ja, ich kenn dich schon mehr. Wir sind schon einige Jahre zusammen hier, ne? Ja, ey. Wenn ich hier so die Bilder sehe, hier oben, dann sag ich auf jeden Fall, ey, da haben wir ja noch ein riesen Ziel vor uns dieses Jahr, oder? Ja, ein riesen Traum, ne? Das dritte Mal. Wir haben noch Träume. Ich hoffe, wir können die alle gemeinsam erreichen, ne? Das soll's sein, ey. Wir geben nur mal Gas. Die letzten beiden Spiele. Das packen wir. Das packen wir. Das packen wir. So Männer, los geht's. Hier sind die Unterlagen. Viel Spaß. Die. Das packen wir. Musik, Leute. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Vielen Dank.